Schöne 3-Zimmer-Wohnung, West- und Ostzeitliche Zimmer, Sanit, große Diener, Garderoben-Bereich, Kammer, Wohnung mit Laminat ausgestattet. Ich verhindere den Innenbereich mit schöner Kammerkose, weil da haben wir in der Kammer kein Licht, die in der Frotzinke geht. Jetzt zurück zum hier anderen Garderoben-Bereich. Das erste Zimmer an der Kammer, Westseitig, mit schöner Sonnenhäuter. Ganz in Ordnung mit Laminat und Fliesen ausgestattet. Ich bin grenzeseitig. Ich bin glücklich in den Gemeinschaftsgarten. Ich habe mich noch 2016, mit dem Flugzeug ausgestattet. Ich bin glücklich in den Flugzeug, mit dem Flugzeug ausgestattet. Ich bin glücklich in den Flugzeug ausgestattet. Zwei Flugzeug ausgestattet werden. Dann hören Sie frei. Ich versichere den Flugzeug ausgestattet. Wir haben das erste Zimmer schon geschafft und jetzt wieder zurück zum Dealen um den Obenbereich und dann noch ein kleineres Zimmer, ostseilig, ruhig schlafen zum Innenhof und natürlich auch in der Laminat, das Boden. Dann geht es wieder zurück zum Dealen um den Obenbereich, da aus dem kleinen Zimmer hat man einen schönen Blick in das große Zimmer gegenüber mit der Sonne. Jetzt zurück zum Dealen um den Garderobenbereich. Dann das zweite große Zimmer, auch wieder schöne westseitig. Heute haben wir mal ein Glück im Wetter. Die letzte Woche war ja nicht so schön. Hier natürlich auch wieder Laminatfußboden. Blick fensterseitig. Hier natürlich auch wieder ein Blick in den Gemeinschaftsgarten. Hier geht über den ganzen Block. Heute bin ich noch der Baummau. Hier geht es weiter. Geil. Die erste Woche war ja nicht so gut. Hier habe ich meine Säge. Das war ja noch nicht so gut. Hier wird dauerhaft sein und der Baumwehrechen hochgegenden. Und diepperung nach dem Gebiet zu legen. Und aber das dritte Zimmer auch schon geschafft. Dann gehen wir hier durch die kurze Diele in den Arobenbereich zu genießen. Ruhmküche mit Gas und Spüle, einflüssige Waschmaschine und Geschirrspüler möglich, Warmwasser, Zentralheizung und Warmwasserzentral. Hier der Platz für die Ruhmaschine und Gas her die Hände. Wir gehen jetzt zum Arobenbereich zurück. Dann noch mal links. Schöne Warnungbath. Ich habe die Hände mit Geschränkchen dazu. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag, bleibt gesund, bis zu uns, danke euch. Danke fürs Zuschauen.